Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Let's Play. Wir testen ältere Spiele Portal 2. Ja, wir machen direkt da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wir haben ja Kledos in der Ofen... Ofen? Also auf jeden Fall in dieser Batteriekartoffel-Dings da gefunden. Ähm, nicht Ofenkartoffeln. Was laber ich da? Auf jeden Fall in dieser Kartoffel. Ähm, ja, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir den einen Roboter, keine Ahnung, wie der heißt. Hat der einen Namen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Ähm, abschalten. Und ja, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie zu ihm gelangen. Ähm, ja, wer will, kann mir übrigens auch auf Instagram folgen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort kriegt ihr Informationen, wenn ich mal was Neues hochgeladen habe. Oder, ähm, mal nichts hochkommt, warum und wieso das so ist. Oder, ähm, falls es Änderungen mit dem Upload-Datum gibt. Das erfahrt ihr alles dort. Gut. Ähm... Teil 7, das Wiedersehen. Was passiert? Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolin, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Was? Okay, Mr. Johnson. Okay, die kennt den. Klar, das ist ja der Chef von dieser Anlage. Ich sag, die hat auch nicht mehr so viel Strom. Das heißt, ich muss jetzt einmal hier hoch. Das geht ja ganz easy. Einmal sop. Springen wir einmal da. Oh, was haben wir denn da Schönes? Okay. Ja, kann ich da jetzt entlanglaufen? Ich kann mich da noch dran erinnern, dass da... Dass man da ziemlich schnell laufen kann. Jo, es funktioniert perfekt. Dann müssten wir das aber auch hier machen. Welches Portal setze ich dann da am besten? So, wir machen einmal blau da hin. Woran? Da? Und... Dann setzen wir das auch hier. Hoppala. Portal ist doch die vielleicht aussetzen. Das würde Sinn machen. So, das machen wir am besten gleich zweimal, dass wir sicher gehen können, dass es überall ist. Gut, dann... Laufen wir jetzt mal da entlang. Dasselbe machen wir jetzt da auch. Da dürfen wir es auch wieder machen. Das heißt, wir setzen Orange einmal am besten da. Orange muss da unbedingt bleiben. Das ist aber die Frage, wie kommen wir da jetzt hoch? Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt noch einmal laufen. Yippie, ich freue mich. Ich finde die Musik da so cool. So. Oh, ich muss da gar nicht lang. Das muss ich gar nicht machen. Dann gehen wir jetzt mit dem Würfel... Hoppala. Ja, da komme ich nicht durch. Einmal hier lang. Und dann können wir ja auch hier durchspringen. Dann setzen wir den Würfel einmal hier drauf. Und dann können wir hier hoch hüpfen. Goal. Yo. Ich habe aber einen Plan, wie das funktionieren könnte. Dazu müssen wir einmal hier durch. Dann setzen wir blau da. Ich muss jetzt einfach nur ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass ich runterfalle. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Die Tür ist auf. Ja. Ja, finde ich auch. Das ist die richtige Einstellung. Oh, das ist jetzt, glaube ich, nicht... Ich glaube, hier müssten wir springen. Deswegen macht es Sinn, wenn wir jetzt einmal da und hier ein Portal setzen. So. Oder können wir das irgendwie auch lokalisieren, dass zuerst... Speed ist? Was heißt, wenn wir das jetzt einmal so machen? Was passiert dann? Ups. Natürlich blau sollte ich aussetzen. Öh. Dann haben wir das nur hier. Das ist... Nicht so profitabel, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann da nicht drüber springen. Das wird nicht funktionieren. glaube ich zumindest. Glaube ich zumindest. Ne. Was ist aber... Wenn ich das orange Portal hier hinsetze? So. So. Ups. Nein. Ich muss das Portal versetzen. Das ist jetzt einmal hier mal... Oh, das geht auch nicht. Ich weiß nicht, was sonst... Dann wäre ich da durchgesprungen. Das ist nicht gut. Oh. Das ist ja auch noch eine Fläche. Wie konnte ich das nur übersehen? Jetzt habe ich eine Idee. Machen blau hier. Orange da. Dann machen wir das jetzt... Alles orange. Gut. Dann machen wir hier blau. So. Das heißt, wir... Können jetzt hier rüber springen. Das heißt, jetzt müssen wir ja irgendwie nur noch hier rüber kommen. Wenn wir hier ein Portal machen, kommen wir nicht weit. Aber da oben. Das heißt, wir machen einmal blau da. Orange machen wir einmal da hin. Doch, 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 doch. Das müsste funktionieren. Dann machen wir orange hier hin. Dann hoffe ich jetzt, dass wir... Das Portal treffen. Ja. Ja, ich weiß, dass du ihn kennst. Oh. Es steht hier nur noch Aperture. Okay. Nicht mehr Aperture Science. Ich bin gespannt. Okay. Wer noch weitere 60 Dollar verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch 120 Dollar in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen. Wie neu. Nee, ich verzichte auf die 60 Dollar. Dankeschön aber. Oh, an den Test kann ich mich dran erinnern. Ähm, oder hier. Ich bin da nicht weitergekommen. Ich bin da nur mit Natonias Hilfe weitergekommen. Äh, das weiß ich noch. Oh, sie ist da verzweifelt mit mir. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Okay, das heißt, wir müssten einmal hier Orangen machen. Das machen wir auch einmal. So. Dann gehen wir jetzt einmal hier rüber. So. Dann machen wir einmal blau dahin. Und schauen mal, was da passiert. Oh, jetzt bin ich hier drüben. Das nützt mir jetzt was. Was ist denn eigentlich da? Okay. Da ist ein Knopf. Gut zu wissen. Aber wo bekommen wir den Knopf her? Was ist da oben? Okay, da kann man hoch rennen. Und da kommt man dann zurück. Vorher muss ich ja einen Knopf aktivieren. Aber wo ist dafür der Würfel? Das heißt, ich gehe jetzt einmal hier zurück. Weil ich habe da, glaube ich, eine Treppe gesehen. Ich will wissen. Achso, da sind wir hergekommen. Achso. Okay. Wo ist hier ein Würfel? Ach, da oben. Das heißt, wir müssen da hochkommen. Bin ich ja eigentlich so mit der Technik oder nicht? Oder täusche ich mich da jetzt? Ich versuche es mal nochmal. Allerdings nicht mit ganz so viel Schwung. Oh, da muss auch was hin. Ja, 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 ja. Ich habe eine Idee. I have a idea. Dazu muss ich wieder irgendwie zurück. So. Wohl muss ich ja gar nicht. Es reicht, wenn wir einmal hier... Ich weiß nicht, ob da orange hin müsste. Ne, ich mache jetzt einfach mal blau da hin. Ich glaube, das ist sinnig. So. Dann machen wir orange wieder hier hin. Und dann sprinte ich da jetzt einmal durch. Perfekt. Jetzt habe ich da einen Würfel. Jetzt kann ich da runterspringen mit denen. Wo muss der hin? Dahinter. Okay. Dann setzen wir einmal da ein Portal. Dann einmal da. Ich muss mich echt konzentrieren jetzt. Dann dreht sich das hier. Gut zu wissen. Gut. Dann gehen wir hier wieder zurück. Jetzt muss ich einfach nur gucken. Das heißt, ich muss jetzt... Hier. Ich gehe da einmal hin. Hier müsste, glaube ich, orange dann hinkommen. Kann es sein? Oder sollte ich da blau? Ich mache da einfach mal dieses orange hin. Weil wir können es ja immer noch ändern. Aber da müssen wir doch hier irgendwie noch was hin machen, oder nicht? So blau, oder nicht? Aber wie bekommen wir da jetzt Farbe? Oh, ich habe eine Idee. Dazu müssen wir aber noch einmal zurück. Dann müssen wir es einmal noch mal umdrehen. Machen wir hier ein Portal. Ähm... Machen wir blau einmal hier hin. Komme ich da durch? Natürlich nicht. Oder doch, 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 doch. Ich wollte es schon sagen. So, dann müssen wir blau einmal hier hinsetzen. So. Gehen wir einmal wieder hier hin. Dann setzen wir die Würfe hier wieder drauf. Und gehen hier... Wieder... Zurück. So. Das heißt, dann setzen wir blau einmal da. Und dann sprinten wir jetzt einmal hier durch. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Jo. Na, Dunja, ich habe es geschafft. Falls du das Video siehst. Ohne deine Hilfe. Oh, so ist es noch was als gestern gewesen. Und um Erneuerung. Aus Alt macht neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Nee. Also bei mir wird nichts gemacht. Boah, ich weiß noch, wie Nadonia da mit mir verzweifelt ist. Oh, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Oh. Aber ich frage mich, warum ich das für Schwierigkeiten hatte. Weil es war eigentlich ziemlich einfach. Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgeld zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nengt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen. Aber gebt nicht gleich alles aus für... Caroline, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sollen? Bartläuse? Mit der Wüste, was wir so alles... Aber hier. Okay. Gamma, okay. Müssen wir hier rüber? Ach ne, hier hoch. Müssen zur Abteilung Gamma? Ja, wer ist die? Ja, okay. Denk nach. Es würde mich echt interessieren, wer Caroline ist. Gamma, okay. Hier, Pumpenstation Gamma ist das hier, okay. Anscheinend muss ich da was anmachen. Oh ne. Oh, ist das fies. Was hat das eigentlich für einen Sinn hier, diese Stelzen? Wo muss ich hin? Hier hoch. Dann. Muss ich irgendwie hier rüber, wo Keep Out steht. Aber wie komme ich hier rüber? Ach ne, ich kann ja springen. Hahaha. So, was habe ich? Uh. Boah, fast werde ich da jetzt reingerannt. Okay, jetzt. Während das... Oh, verdammt. Okay, ich muss warten, bis die ganz oben sind. Jetzt. Ah, ich bin drüben. Ja, beruhig dich. Ich hab... Ich hab... Beruhig dich. Ich hab dich. Ja, ich beschütze dich. Klaidos. Oh. Okay. Okay. Jetzt muss ich hier einmal durchrennen. Perfekt. Willkommen im Enrichment Center. Seit die Teilnahme an Tests für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testobjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testobjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Gel vermischt. Und weißt du was? Gemahlne Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade raus. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich werde dir dann aber, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carole, bring mir noch mal Schmerzen hin. Okay, das heißt, den Chef hier, der wurde krank. Wurde der von den Sachen krank? Oder? Was ist hier passiert? Das ist die Frage jetzt. Okay, das ist der Portalleiter-Dings da. Das ist jetzt halt die Frage. Kann ja doch alles hier wunderbar. So. Ähm. Ja, es ist aber trotzdem die Frage, wie komme ich da hoch? Oh. Oh. Ah. Verstehe. Äh. Verdammt. Oh, das habe ich auch gehasst. Das weiß ich noch. Weil man das so aufwendig hier diese Portale da setzen musste. So. So, es muss reichen, oder nicht? Ich hoff's. Oh mein Gott. Ja. Geht doch. Genau die Stelle wollte ich haben. Ben. Mein Gott. So. Gut. Jetzt bin ich, glaube ich, bereit für das, was ich vorhabe. Ich hoffe, dass es klappt. Weil ich muss ja hier hoch. Das heißt. Ich mach hier ein Portal. Hier ein Portal. Natürlich klappt das nicht. Was ist aber? Ja. Ja. Ich hab nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen geht, dann mach keine Limonaden raus. Schmeiß die Zitronen zurück. Ja. 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 Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Keith Johnsons Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen sie vor sich haben? Ich jage in das Haus in die Luft. Mit den Zitronen. Ja. Ja. Die Techniker sollen Zitronen-Gramaten erfinden. Und damit jage ich ihr Haus in die Luft. Hör sie in die Luft. Menschen verbrennen. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain mapping. Künstliche Intelligenz. Daran hätten wir uns schon bei 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich sprech's auf Band, damit ich's jeder hundertmal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in meinen Computer einspeisen kann, soll Carol in den Laden hier schmeißen. Sie wird sich. Zwar streuen wir uns sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist. Aber dann smiet ihr sie eben. Oh, ich hab jetzt ne Idee. Okay, Kledos scheint auf ihn immer zu reagieren. Klar, wie gesagt, das ist der Chef. Aber trotzdem reagiert sie immer auf ihn. Das ist, glaub ich, gut zu wissen. Und ich hab, glaub ich, jetzt ne Idee, wie wir das jetzt anstellen könnten. So. Dann da. Dann da. Dann hier. Da drüben. So, perfekt. So. Machen wir ein Portal dahin. Dann spring ich da jetzt einfach mal runter. Das müsste ja funktionieren jetzt. Jo. Dass ich da nicht früher auf die Idee komme. Okay, ich will aber mal hier reingucken, ob da was ist. Nö. Schade. Okay, die Musik heißt, glaub ich, nichts Gutes. Ja, Zoom-Ansicht. Ja, das bringt mir jetzt was, wenn ich fragen darf. Die Tür ist jetzt zu. Okay. Schade. Oh. Hier ist nichts. Zumindest seh ich da nichts. Ah. Gehen wir mal da hoch? Ach, da ist ein Aufzug. Okay, der funktioniert nicht. Gut zu wissen. Aber so kommen wir ja auch ganz einfach hoch. Portal gesetzt. Gehen wir hier rein. Was haben wir denn da? Ah. Ich kann da auch ein Portal setzen. Da haben wir einen kaputten Aufzug. Okay. Okay. Das heißt, wo muss ich jetzt hin? Irgendwie da hoch. Aber wie stelle ich das jetzt an? Ich bin verwirrt. Ich könnte hier da... Runterspringen. Ja. Nein. Nicht geklappt. Okay. Dann auf ein neues. Wieder nicht geklappt. Ich muss da hin. Jo, ich hab's geschafft. Sehr gut. Ja, und jetzt? Jetzt steh ich da. Da kann ich kein Portal setzen. Aber ich kann doch hochfliegen, oder nicht? Das heißt aber, dass wir ein Portal hier hin machen und das blaue da lassen. Nein! 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 Okay. Ah, hier kann ich auch ein Portal setzen. Geht das? Jo, es geht. Jo. Okay. Ich würde sagen, ich beende hier jetzt auch die Folge. Ich weiß, es sieht Fenster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wie Long und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Ja, das finde ich gut. Ihr weit unsicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Okay. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Fördern. Okay. Kledos, lass mich einfach mal machen. Ja, ich beende jetzt aber trotzdem die Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. Wie gesagt, wir können wir auch auf Instagram folgen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, let's play, wir spielen ältere Spiele, Portal 2. Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.